Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute Folge 50 wird gewürfelt von einem random Typ, geiler Name, passt richtig gut zur Einsendung, gibt es heute einen Würfel mit grafischer Darstellung. Er schreibt, dieser Würfel wurde von mir für ein Schulprojekt entwickelt, um zu zeigen wie man Minecraft auch für den Schulunterricht nutzen kann. Oha! Ja, das ist tatsächlich ein Gebiet, mit dem ich mich außerhalb von YouTube sehr, sehr viel beschäftige. Also Minecraft Education, nicht die Education Version, sondern wie kann man Minecraft im Schulunterricht nutzen und ich versuche dort tatsächlich auch Anwendungsbeispiele für Lehrerinnen und Lehrer zu entwickeln, wie man Minecraft nutzen kann als Tool, als Tool für den Unterricht zur intrinsischen Motivation von Schülerinnen und Schülern. Das bedeutet quasi, Lernen macht dann Spaß, wenn ihr auch wirklich drauf Bock habt. Und wenn es etwas in Minecraft zu lernen gibt, dann macht das plötzlich Spaß. So, also, ein Würfel in Minecraft. Was haben wir hier? Amos Dance löschen. Nö. Ah, ich habe schon, ich weiß, ich kann, oder ich bin recht interessiert, wie es funktioniert. Würfeln. Drücken wir mal. Oh. Oh, das ist, das ist krasser. Ei. Okay, ja. Also es ist wahrscheinlich, es gibt mehrere Möglichkeiten der Darstellung. Jetzt gucke ich mal gerade, wie hat er das gemacht? Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich gerade dieses Ding hier. Also das hier wird ein Tag haben. Das ist ein, eine Entität, also in Minecraft. Für die, die es nicht wissen, gibt es Blöcke und es gibt Entitäten. Und wenn man F3 und B drückt, kann man die auch sichtbar machen. Das ist eine Entität, das ist ein Block. Block ist fix und fest, Entität ist bewegbar und wird nochmal anders gerendert. Und diese Itemframes sind auch Entitäten. Wir können uns von Entitäten Daten holen. Das können wir jetzt sagen, machen wir Slash Data Get und jetzt können wir Entity und wir holen uns diesen, diesen Namen, dieses, diese lange Zahlenkombination, die da haben, ist der Name von dem Itemframe. Wenn wir das machen, sehen wir, die ganzen Daten, die im Itemframe drin sind. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass irgendwo hier, da, Tag, nee, Tag, Map, nee, okay, ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass irgendwo hier ein Custom Name Tag dem Ganzen gegeben ist. Jetzt bin ich aber doch mal interessiert, wie der Kollege hier das gemacht hat. Amostant erstellen. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Es scheint hier für die Zahlen Amostant zu geben. Das ist wahrscheinlich 1 und das ist 3. Jetzt wird wahrscheinlich das Ding nur zwischen 1 und 3 hin und her wechseln. Genau. Wir sehen, die untere Reihe kümmert sich um den hier. 1 und 3. Und wir können jetzt auch die Wahrscheinlichkeiten quasi durchgehen, weil letzten Endes dieser Command Block macht nichts anderes als, eigentlich ist, wo ist der Random? Das ist schon der Random Befehl. Okay. Der Command Block sucht sich per Zufall ein Amostant und setzt an ihn einen Redstone Block. Und jedes Mal, wenn da ein Redstone Block gesetzt wird, was passiert dann? Der wird wahrscheinlich hier gesetzt. Dann wird, genau, dann wird der Redstone Block zerstört. Also quasi, wenn hier ein Redstone Block hingesetzt wird, zack, verschwindet er wieder. Gleichzeitig wird 2 im Chat gesagt. Das Scoreboard wird auf 2 gesetzt, hier rechts. Und dann ist das hier genau. Das ist jetzt hier die Modifizierung, dass auch das Ganze hier bei der Nummer 2 angezeigt wird. Sehr, sehr, sehr cool. Und das Schönste von allem ist, wir können uns unsere eigenen Wahrscheinlichkeiten erstellen. Also wenn wir zum Beispiel nur die Zahlen 1 und 2 haben. Und ich drücke jetzt, dann ist es fair. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass beides drankommt, ist wie beim Münzwurf. Wir lassen jetzt mal den Rand weg, an die ganzen Smarten von euch. Also Münze kann auch auf dem Rand liegen bleiben. Nein. Aber wir haben zwei Möglichkeiten. Wenn wir jetzt tatsächlich nochmal hier drauf drücken, haben wir zwei Einsen und eine 2. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu würfen, ist jetzt doppelt so hoch. Weil wir quasi 2 zu 1 haben, die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich habe eine 2, das war jetzt sehr selten. Ich habe schon wieder eine 1. Das ist relativ selten. Relativ häufig. Ihr seht, eine 1 zu würfeln kommt häufiger noch vor, als eine 2 zu würfeln. Und je mehr Einsen wir spawnen, desto unwahrscheinlicher ist es, eine 2 zu würfeln. So. Sehr, sehr cool gemacht. Und hier oben ist das Ganze für den zweiten Würfel. Also sehr, sehr, sehr einfach und sehr, sehr schön gemacht. Eben genau, weil wir per Zufall eine Entität auswählen können. Das heißt, wir können beispielsweise, um es euch mal eben kurz anschaulich zu erklären, dass wirklich jeder von euch das verstanden hat. Wir werfen beispielsweise mal hier Items auf den Boden. So. Da liegen die Items auf dem Boden. Unter Items, wir können jetzt zum Beispiel sagen, ähm, execute as, also als jemand, was ausfindet, add e-Typ gleich item, run, say, hallo. Und alle Items, die da auf dem Boden liegen, sagen hallo. Lime wool, hallo. Yellow wool, hallo. Light blue wool, hallo. Und magenta wool sagt hallo. Aber jetzt können wir zum Beispiel halt sagen, hier bei dieser Information, können wir sagen, Komma, Limit gleich 1, sort random. Und jetzt wird per Zufall ein Item ausgewählt. Die Lime wool, jetzt die Yellow wool, jetzt die Magenta wool, jetzt die Yellow wool, jetzt die Lime wool. Per Zufall wird jedes Mal ein Item ausgewählt. Und genau das passiert hier auch. Es wird per Zufall ein Amos-Tent ausgewählt. Das macht dieser Command-Block. Der setzt bei dem Amos-Tenten, ähm, setzt einen Redstone-Block. Einmal bei dem einen Amos-Tent und einmal bei dem oberen Amos-Tent. Es werden per Zufall Redstone-Blöcke gesetzt. Und dadurch wird eine Zahl gemacht. Sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ähm, das ist tatsächlich wahrer Zufall, weil wir hier eine Minecraft-Zufall-Funktion nehmen. Und zwar dieses Random, dieses Sort-Random. Äh, ansonsten ist ein Zufall zu erzeugen immer sehr, sehr schwer. Und auch in Informatik ist das nicht gerade einfach ein Zufall zu erzeugen, weil die Computer so absolut genau sind. Und das macht es super schwer, einen Zufall zu erzeugen. Äh, wenn man darüber mal nachdenkt, ist das wirklich nicht leicht. Deshalb nimmt man entweder beispielsweise die Systemzeit. Das heißt, man nimmt die Zeit in Nanosekunden und Sekunden und erzeugt daraus irgendwie eine Kauderwelsch-Zahl und erzeugt einen Zufall. Oder man nimmt die Entropie des Anwenders, des Users. Also quasi meine Mausbewegung erzeugt eine Zufallszahl. Und vielleicht noch, bevor das Video zu Ende ist, eine kleine Information. Wenn ihr Teamspeak zum Beispiel habt und ihr erstellt euch dort oder beispielsweise, wenn ihr jetzt eine SSH-Verbindung aufbaut, also eine verschlüsselte Verbindung und ihr müsst das erste Mal einen Zufallscode erzeugen, dann ist da genau das Problem, ein Computer kann eigentlich Zufall nicht so gut und dann möchte zum Beispiel eine Maschine oder möchte das System, dass man seine Maus per Zufall irgendwie hin und her bewegt und das erzeugt dann Zufallscode. Also Zufall in der Informatik und im Computerbereich ist eine schwere Sache und ja, das ist eine ziemlich coole Einsendung. Ich freue mich gerne, mehr von diesen Einsendungen zu sehen und es wird bestimmt auch in Zukunft dazu Content geben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020